Hallo zusammen, wie gestern versprochen heute nochmal ein Video. Wir haben uns heute morgens früh aus Fels groß gemacht und sind heute hier angekommen in der Gemeinde. Wir sind im kleinen Atlas angekommen und jetzt gerade sind wir mitten in der Verteilung der Hilfsgüter und drinnen einen kleinen Einblick von den Gütern, die wir alle haben. Vielleicht gehst du mal mit rein. So, wie hier zu sehen sind, haben hier Lebensmittelpakete, Decken, die schon am Parteien sind und auch Kleidung und Süßigkeiten für die Kleinkinder. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, hallo zusammen. Nach dem Video von heute Morgen wollen wir euch nochmal kurz mitnehmen. Also die Verteilung, die fand in einem anderen Ort statt. Dort sind alle hilfsbedürftigen Leute aus den verschiedenen Regionen, aus den Bergregionen runtergekommen ins Tal und haben sich dann die Hilfspakete abgeholt. Und wir haben uns jetzt nochmal die Mühe gemacht und sind in die Berge nochmal gefahren, um halt vor Ort nochmal zu sehen, wie die Menschen leben. Ja, wie soll ich sagen, es hat mich so ein bisschen gepackt. Also die Leute sind hier wirklich sehr ärmlich. Die wohnen hier wirklich in, ich sag mal, Steinhütten, in Zelten und hier oben ist es auch wirklich kalt und es liegt auch noch Schnee. Ja, das nochmal als kleiner Überblick für euch. Danke sehr. Ja, das nochmal als kleiner Überblick für euch.